Tokio ist Hauptstadt Japans und liegt auf der japanischen Hauptinsel Honshu am Pazifischen Ozean. Die Metropole wird oft als größte Stadt der Welt bezeichnet und ist neben der ausufernden Bebauung auch für ihre hervorragende Infrastruktur bekannt. Aber wie groß ist Tokio eigentlich genau? Im Jahr 1446 wurde in der heutigen Bucht von Tokio unweit von Fischerdörfern die Burg Edo errichtet. Anfang des 16. Jahrhunderts wurde Edo zur Hauptstadt des Shogunats Tokugawa. Anfang des 18. Jahrhunderts entwickelte sich die Stadt zu einem wichtigen Handelszentrum. 1868 wurde der Sitz des Tenno, also des japanischen Kaisers, von der damaligen Hauptstadt Kyoto nach Edo verlegt und der Name der Stadt in Tokio umgewandelt. Hauptstadt des Ostens. Die Stadt wurde endgültig zum politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum Japans. Trotz verheerender Zerstörungen durch Naturkatastrophen, zuletzt beim großen Kanto-Erdbeben 1923 oder durch Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg, entwickelte sich Tokio zu einer modernen Metropole von weltweiter Bedeutung. Innerhalb der Präfektur Tokio können die 23 Bezirke Tokios als Stadt Tokio im eigentlichen Sinne betrachtet werden. Sie haben eine Fläche von 619 Quadratkilometern, sind also zusammen etwas kleiner als die Hansestadt Hamburg und rund 9,7 Millionen Einwohner. Das Gebiet westlich der zentralen Bezirke wird als Tama bezeichnet. Tokio liegt inmitten der Kanto-Ebene, der größten in ganz Japan. Diese erstreckt sich rund um die Bucht von Tokio und geht im Südosten in die Boso-Halbinsel und im Süden in die Miura-Halbinsel über. Von Norden und Westen ist die Ebene fast vollständig von den japanischen Alpen begrenzt. Das sind insbesondere die Mikuni-Berge und das Kanto-Bergland. Im Westen befindet sich auch der mit 3775 Metern höchste Berg Japans, der Fujisan. Der wichtigste Fluss der Ebene ist der Tone, der mit 322 Kilometern gleichzeitig zweitlängster Fluss Japans ist. Ebenfalls von Bedeutung ist der Edogawa, der teils die östliche Grenze Tokios bildet. Südlich der Region treffen drei tektonische Platten aufeinander, weshalb das ganze Gebiet stark erdbebengefährdet ist. Das nächste große Erdbeben ist daher nur eine Frage der Zeit. Die Ebene ist heute stark bebaut und verstetert und umfasst auch andere Millionenstädte wie Yokohama, Kawasaki oder Saitama. Der vom japanischen Statistikamt festgelegte Ballungsraum der Hauptstadtregion hat etwas mehr als 37 Millionen Einwohner. Die Kanto-Region insgesamt kommt auf 42 Millionen, also ein Drittel der japanischen Bevölkerung. Die Präfektur Tokio hat dabei 14 Millionen Einwohner und ist damit die bevölkerungsreichste Japans. Die anderen Präfekturen der Region sind Kanagawa mit 9,2 Millionen Einwohnern, Saitama mit 7,3 Millionen, Chiba mit 6,2 Millionen, Ibaraki mit 2,8 sowie Gunma und Tochigi mit jeweils 1,9 Millionen. Gleichzeitig erwirtschaftet die Kanto-Region rund 40% des japanischen BIPs. Allein die Hälfte davon, rund eine Billion US-Dollar, entfällt auf Tokio. Darauf folgen Kanagawa mit rund 323 Milliarden und Saitama mit 216 Milliarden. Viele der größten Unternehmen des Landes haben ihren Hauptsitz nach Tokio verlegt, auch um näher an den politischen Entscheidungsfindungsprozessen zu sein. Tokio ist weiterhin ein global bedeutender Finanzplatz. Allgemein dominieren in Tokio Dienstleistungen die Wirtschaft. Außerdem ist die Stadt Japans wichtigstes Zentrum im Bildungswesen, in der Forschung oder auch im Tourismus. Aus den umliegenden Gemeinden strömen daher täglich Millionen von Pendlern ins zentrale Tokio. Die Großstädte um Tokio herum sind jedoch keine reinen Trabantenstädte. Entlang der Küste des Ballungsraums befinden sich, größtenteils auf künstlich angelegten Landflächen, große Industrie- und Hafenanlagen. Yokohama, Chiba, Tokio oder auch Kawasaki gehören zu den bedeutendsten Häfen Japans. Kawasaki ist der wichtigste Standort für die Schwerindustrie. Zu den ansässigen Branchen gehören Stahlbau, Chemie, Maschinenbau, Fahrzeugbau oder auch die Elektroindustrie. Yokohama ist neben Tokio Sitz großer Unternehmen und zu den wichtigsten Branchen der Stadt gehören der Schiffbau, Biotechnologie und Halbleiter. In Saitama finden sich unter anderem Niederlassungen der Autoindustrie, Nahrungsmittelindustrie, aber auch Pharmazeutik. In der Stadt Chiba sind die Stahlerzeugungen, aber auch die Nahrungsmittelindustrie hervorzuheben. Die ländlichen Gegenden der Präfektur gehören zu den produktivsten landwirtschaftlich genutzten Regionen Japans. Wichtigste Flughäfen des Ballungsraums sind der zentral gelegene Tokio Haneda und Narita im Nordosten. Außerdem ist die Hauptstadtregion der wichtigste Knotenpunkt des Hochgeschwindigkeitsnetzes des Shinkansen. Der Zug verbindet fast alle Großstädte Japans mit der Hauptstadt. Zentraler Punkt im Shinkansen-Netz ist der Bahnhof Tokio. Gleichzeitig bildet er den wichtigsten Verknüpfungspunkt zwischen Nah- und Fernverkehr. Weitere wichtige Bahnhöfe der Stadt sind daneben Shinjuku, gleichzeitig der meistfrequentierte Bahnhof der Welt, Shibuya, Ikebukuro, Kita Senju oder auch Shinagawa. Fast alle davon sind durch einen S-Bahn-Ring miteinander verbunden. Das ist die sogenannte Yamanote-Linie. Auf diese Weise werden verschiedene Vorortlinien der ehemals staatlichen JR und anderer privater Anbieter miteinander verknüpft. Dazu kommt die Tokioter U-Bahn, die aus zwei verschiedenen Netzen besteht. Auf der Satellitenaufnahme lassen sich nicht nur die größten Grünflächen der Stadt, der Kaiserpalast und dessen Gärten sowie der Yoyogi-Park oder das für die Olympischen Spiele 2021 gebaute Nationalstadion erkennen, sondern an den Hochhäusern auch die Hauptgeschäftszentren der Stadt, wo sich die Büroflächen konzentrieren. Dem Stadtbezirk Chiyoda rund um den Kaiserpalast kommt dabei eine zentrale Rolle zu. In den Vierteln am Hauptbahnhof befindet sich der Sitz zahlreicher Banken, Versicherungen und anderer bedeutender Unternehmen. Zusammen mit Regierung und Parlament sowie den Ministerien im Regierungsviertel bilden sie das sogenannte Eiserne Dreieck, Sinnbild der Macht und der Verflechtungen zwischen Wirtschaft und Politik. In Nihonbashi befinden sich außerdem die japanische Zentralbank, Bank of Japan und die Tokioter Börse. In Shinjuku befindet sich westlich des Bahnhofs eine große Ansammlung an Bürohochhäusern. Hier ist der Sitz der Präfekturverwaltung sowie zahlreiche Unternehmenssitze bzw. Niederlassungen angesiedelt. Weitere wichtige Geschäftszentren mit Konzentrationen an Bürofläche und Unternehmensleitungen sind Shibuya, Roppongi, Akasaka, Shiodome, Shinagawa oder auch Ikebukuro. Nicht zuletzt gehört Tokio auch zu den meistbesuchten Städten weltweit und der Tourismus sowohl intern als auch aus dem Ausland ist zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden. Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören der Tokio Tower, Stadtviertel wie Shibuya oder Harajuku, die für ihre Mode bekannt sind oder das als Elektronikviertel bekannte Akihabara, Schreine und Tempel wie Meiji oder Asakusa und auch Freizeitparks wie der Zoo Ueno oder Disneyland. Und damit endet der Überblick zu Tokio und der Kanto-Region. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.